Leber, Lunge, Liebeskummer. Was wirklich im Körper passiert, wenn wir feiern, lernen, schlafen oder streiten. Von und mit Matthias Schubert. Vorwort. Die Waage ist kaputt. So schwer kann er nicht sein. Wir benutzen nochmal die andere. Oh, sie hat doch funktioniert. Ziemlich genau so lief meine allererste medizinische Untersuchung ab. Das war gegen 8 Uhr am letzten Samstag im Februar 2000. Keine 20 Minuten, nachdem ich das Licht dieser Welt erblickte. Vielleicht war es genau dieser Moment, in dem meine Begeisterung für die Medizin geweckt wurde. Denn sie legt als Wissenschaft zwar allgemeingültige Maßstäbe an, wird aber doch von jedem Individuum wieder auf die Probe gestellt und manchmal überrascht. Für diejenigen von euch, die mich nicht kennen, Moin, ich bin Matthias und studiere Medizin. Stopp, dann ist das hier das Hörbuch eines Medizinstudenten. Also von jemandem, der noch kein abgeschlossenes Studium hat? Das stimmt. Vielleicht ist aber auch genau das meine Stärke. Denn es ist somit noch nicht lange her, dass Medizin auch für mich noch eine Fremdsprache war. Nach meinem gewichtigen Start ins Leben blieb ich zum Glück größtenteils von außerplanmäßigen Arzt- oder Krankenhausbesuchen verschont. Wobei ich erwähnen sollte, dass ich das Klischee erfülle und beide meiner Eltern selbst Ärzte sind. Ja, sogar mein Babybett stand eine Zeit lang neben meiner Mutter im Behandlungszimmer. Für mich war schon immer klar, dass ich irgendwann mal Medizin studieren würde. Nicht, weil mich irgendwer dazu drängte, ganz im Gegenteil, sondern weil ich mir nichts Schöneres vorstellen konnte. Medizin heißt nämlich Menschen helfen, die sich selbst nicht mehr helfen können, vielleicht Hoffnung schenken und weitere Chancen im Leben ermöglichen. So fing ich also im Frühjahr 2019 an, Medizin zu studieren. Und seitdem habe ich so viel Spannendes gelernt. Viele Dinge hätte ich auch gerne vorher schon gewusst. Und deshalb möchte ich euch heute mitnehmen auf eine Reise quer durch unseren menschlichen Körper. Viele mögen ihn als eine Art Fahrstuhl betrachten, ein Mittel zum Zweck. Er bringt uns an einen anderen Ort, ohne dass wir uns stark anstrengen müssen. Man drückt auf eine Taste und er funktioniert, in den meisten Fällen zumindest. Solange er das tut, denken wir nicht viel darüber nach, was da wirklich passiert. Will er aber nicht so wie wir, hauen wir auf den Tasten herum und werden nervös. Mir ist klassisches Lernen immer eher schwer gefallen, egal ob in der Bibliothek oder in den eigenen vier Wänden. Sich hinzusetzen und Bücher oder Texte im Stillen zu lesen ist einfach nicht mein Ding. Ich lerne am besten, wenn jemand anderes mir etwas erzählt, zeigt oder ich etwas sehe. Zeigen oder sehen, genau das versuche ich selbst in meinen Videos auf Social Media seit 2020. Medizinisches Wissen bildlich rüberbringen, Eselsbrücken bauen und spielerisches Lernen ermöglichen. Jeder Name der Akteure im Körper, jede Kulisse, jedes Outfit kann womöglich einen Lerneffekt bringen. Und nun erzählen. Doch keine Sorge, dieses Hörbuch besteht zwar aus vielen Wörtern. Mein Ziel war es aber, es so einfach zu gestalten, dass ihr ihm wie einem guten Gespräch, ein Gespräch, bei dem ihr hoffentlich Neues lernt über das, was in eurem Körper wirklich passiert. Erstes Kapitel. Kreisverkehr ohne Ausfahrt. Was wirklich passiert, wenn ihr etwas Neues lernt? Ich verlasse gerade mit brummendem Kopf das Haus. Mein Vater hat mir einen ziemlich zählen Vortrag über Finanzen gehalten. Euch wird schon bei dem Gedanken an das Thema langweilig? Ich musste mir das eine ganze Stunde anhören. ETFs, Aktien, MSCI World, Ausschüttung, Banktermin da und irgendwelche Broschüren dort. Nichts, was mich gerade auf Hochtouren bringt. Ich bemerke einen kalten Luftzug und entscheide mich, doch zur Jacke zu greifen, während die Finanzbegriffe noch in meinem Kopf Purzelbäume schlagen. Ziemlich unsensibel von meinem Vater, mich gleich mit diesen Themen zu überfallen. Ich bin gerade mitten in meiner Prüfungsphase und habe die letzten Wochen quasi überall dort verbracht, wo ich mit meinen Fachbüchern erwünscht bin. Vor allem muss ich für mein Lieblingsfach, nicht, Histologie tonnenweise bunte Organe und Gewebe auf einzelner Zellebene unter dem Mikroskop untersuchen, sodass ich schon die ganze Zeit von Zellkernen, Mitochondrien und Membranen träume. Ich frage mich, wie ich da je wieder Platz für all die anderen wichtigen Dinge in meinem Gehirn schaffen soll, gerade wenn es um so etwas wie Zukunftsabsicherung geht. Ich sehe ja ein, dass es wichtig ist und fühle mich auch etwas schlecht, dass ich den Vortrag nicht so ganz wertschätzen kann, wie ich es gerne würde. Eigentlich bin ich auf dem Weg zu einem Treffen mit Tom. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen und wollten uns mal auf den neuesten Stand bringen, was während des letzten Semesters so alles passiert ist. Während mir diese Gedanken durch das Gehirn schießen, fällt mir auf, dass gerade all meine Gehirnareale beansprucht sind. Das Gehirn ist das persönlichste Organ, das man besitzen kann. Aber eigentlich ist es andersrum. Das Gehirn besitzt eher euch. Es ist euer Präsident, der alle Lenkungs- und Leitungsfunktionen im Körper übernimmt. Vom ersten bis zum letzten Atemzug. Ein Herz kann man heutzutage transplantieren, das Gehirn nicht, weil es so individuell ist wie euer eigener Fingerabdruck. Und weil es so verführerisch und faszinierend ist, sich mit dem Gehirn zu beschäftigen, möchte ich gleich am Anfang damit loslegen und zeigen, was eigentlich wirklich passiert, wenn ihr etwas Neues lernt. Und Spoiler, nicht nur in der Schule, auch im Alltag werden euch diese Lernprozesse ein Leben lang begleiten. Welche Lerntypen gibt es aber eigentlich wirklich? Zuerst muss ich diejenigen von euch enttäuschen, die sich erhofft haben, dass ich den medizinisch besten Weg zeige, wie man etwas Neues lernt. Es gibt nicht wirklich das effektivste und auch kein bestes Lernen. Das Lernen ist eben etwas Individuelles, bei dem jeder seinen eigenen Weg finden muss. Ganz nebenbei lernt man das Lernen selbst auch nicht im Medizinstudium. Viel lieber machen sie euch deutlich, dass es gar nicht möglich ist, alles zu lernen. Immerhin muss ich im Medizinstudium nicht nur jeden Knochen, den es einem menschlichen Körper gibt, sondern auch all die biochemischen Prozesse innerhalb des Körpers und in Interaktion mit seiner Umwelt. Was passiert, wenn ein Neurovirus den Körper befällt oder bei einer Blutvergiftung? Wie teste ich einzelne Hirnnerven oder wie baue ich eine neue Hüfte ein? Und so weiter. Das alles verlangt mir Stunde um Stunde an ganz verschiedenen Lernorten ziemlich viel ab. Es gibt allerdings bestimmte Lerntypen. Je nachdem, zu welchem ihr gehört, fällt es euch leichter, auf eine gewisse Art zu lernen. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Zur Erinnerung gebe ich euch aber einen kleinen Crashkurs zu den vier Lerntypen, die ein deutscher Biochemiker und Systemforscher namens Friedrich Fester geprägt und benannt hat. Tja, viel Spaß beim Lernen. Erstens, visuelle Lerntypen lernen am besten anhand von Texten, Grafiken oder Skizzen. Zweitens, kommunikative Lerntypen lernen am besten im Austausch mit anderen, indem sie erklären, erörtern und diskutieren. Drittens, auditive Lerntypen lernen am besten durchs Zuhören. Viertens, motorische Lerntypen lernen am besten, wenn ihr Tastsinn zum Einsatz kommt und sie zum Beispiel Modelle haptisch anfassen können. Falls ihr jetzt anfangt zu überlegen, wohin ihr gehört, euch aber partout nicht entscheiden könnt, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich dachte immer, ich sei eher der visuelle oder auditive Typ, weil ich mir schon immer gut bildlich Dinge merken konnte oder wenn LehrerInnen in der Schule etwas erklärten. Doch ich mochte es auch immer schon gern, selbst zu erklären, wie zum Beispiel auf TikTok. Wenn ich anderen Fakten und Abläufe näher bringen kann, lerne ich selbst sehr gut dabei. Heute denke ich, dass ich wahrscheinlich von allen Lerntypen etwas habe. Vielleicht ist das ja meine Geheimwaffe. So ganz lassen sich die verschiedenen Lerntypen auch nicht voneinander trennen. Deshalb gibt es keinen ultimativen Test oder so, an dem ihr ablesen könnt, wie ihr idealerweise lernen solltet. Drei der vier Typen entsprechen den Sinn, nämlich Sehen, Hören und Fühlen. Das Sprechen fällt hier eher etwas raus. Ihr könnt selbst ausprobieren, was euch am besten liegt und euch anschließend danach richten. Falls ihr euch aber ganz klar einem Lerntyp zuordnen könnt, Chapeau! Bei mir gelingt es am besten, wenn ich aufmerksam zuhöre, danach Notizen verfasse, ein passendes Modell betrachte und anfasse und es anschließend anderen erkläre oder es zumindest versuche. Wenn ich zum Beispiel komplizierte Stoffwechsel von Hormonen erklären möchte, ist es nicht so einfach, geeignetes Publikum zu finden. Für die meisten ist das so quälend wie für mich der Vortrag meines Vaters zur Finanzvorsorge. Was wirklich passiert, wenn das Gehirn neue Dinge aufnimmt? Okay, wir starten bei Level 1. Wir nehmen über unsere Sinne Informationen aus unserer Umwelt wahr. Doch wie geht es im Gehirn dann weiter? Wie werden diese Fakten verarbeitet und wie können wir dafür sorgen, dass sie auch im Gedächtnis abgespeichert werden? Klar, wir alle träumen davon, die Lernzettel unterm Kopf oder den Zaubertrank zu inhalieren, um uns beim Lernen auch ja nicht anstrengen zu müssen. Spoiler, das können wir jedoch nicht vermeiden. Egal welcher Lerntyp ihr seid, egal welche super Methode ihr für euch gefunden habt, Lernen ist anstrengend. Niemand macht das gerne, wirklich nicht. Auch ich nicht. Im Nachhinein frage ich mich manchmal, wie ich an meine Noten im Abi und bis jetzt gut durchs Studium gekommen bin. Lernen ist anstrengend, weil es Arbeit bedeutet. Arbeit für euer Gehirn. Es ist so, als würdet ihr euer Gehirn ins Gym ausführen und nach einer viel zu kurzen Runde dehnen und aufwärmen ein Hardcore-Trainingsprogramm absolvieren.